Hallo, liebe tiefste Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Dave's The Diver. Ich habe in der Zwischenzeit weitergespielt, damit wir da ein bisschen weiter ins Laufen kommen. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter neu eingestellt für unsere Zweigstelle und die aufgelevelt. Alle haben jetzt Stufe 4 und jetzt wollen wir jetzt eine Aufgabe erfüllen mit diesen komischen Typen da in dem, ja, wie soll ich sagen, Winterkostüm. Das wollen wir jetzt machen. Und dafür muss ich aber jetzt schauen, dass der zuerst diese Sachen bekommt, ne? Öffne es mal. Jetzt kommt der Typ zuerst. Genau, du bist jetzt da. Aber kein Blautisch. Nein! Scheiße, jetzt fehlt da eins. Nicht Vietnamisch. Ja, jetzt fehlt da einer. Meine Güte. Jetzt erstmal geht's. Seetrauben, alles da, nur das Tunttisch nicht. Das nervt mich. Wir haben mal einen Kohle da im zweiten Laden, sehr gut. Okay. Come on. Gut. Guck. Puh. Guck. Guck. Das war's für heute. Da haben wir in 6 Hausten eingebracht, oder? Die Zweigestelle? Wie geil ist das denn? Okay. Was ist das Essen noch? Was ist das hier? Okay. Zweigladen. Auch langsam besser. Sehr viel Kohle, wunderbar. Bevor wir hier weitermachen. Das ist echt blöd. Ich brauche bessere Waffen. Gegen den weißen Hai, glaube ich. Da fehlt uns... Was haben wir alles? Wo ist das Scharfschützengewehr? Besitz 0. Aha. Habe ich das denn gekauft? Ah, okay. Das war's für heute. 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 Okay, schönes nächste hier. So, haben wir schon hergestellt werden. Das kennen wir schon. So, mal gucken, ob wir hier... Ja. 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 Das habe ich doch schon, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist da nur rum drin hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt ist es mir die Frage. Ich wollte jetzt noch ein bisschen aufleveln. Sorry muss ich wieder... Sorry. Muss ich da hin? Nee. Schäpes. Nehmen wir den Neul. Gehen bitte zurück. Schau mal, ob die ja erst auf hat. Okay, kochen war nicht ganz. Das ist ein Meister in Zubereitung. Dann müssen wir schauen, dass sie weiterkommen. Warte mal, wir tauschen die aus. Den Masayoshi mit dem Raoul glaube ich. Das ist ein Meister, also ein Experte. Dann kann ich den... So, genau. So machen wir das Ganze. Okay, gut. Ähm... Aber du musst nachlesen. So machen wir die nächsten Mal. Die Künste, die Künste, die Künste. Die Künste, die Künste, die Künste. Ich habe ein秋台 até die Künste. Ok. Vorher schon haben wir ein paar Punkte her, tatsächlich. Auf und wieder. Gut. Die Katze füttern. Und dann zum Fahren mal schnell. Oh. Fertig hier. Oh. 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 ein bisschen diesen das auch und das auch und das auch das passt mal auf, kann ich da was kaufen, ein zweites Huhn ja kaufen ein zweites Huhn und hier oben ein zweites Feld gut, danke, passt wunderbar dann zu den Fischen oh, was ist denn hier los? äh so immer noch zu voll ähm wird so voll, da müssen wir was tun, oder? so so hier so Boat äh und Kontrolleingang, ne? genau ja, den weiß ich noch nicht ich will eigentlich noch ein bisschen hier weiterspielen hat irgendwie Spaß ne? außerdem braucht er wieder Thunfisch der braucht auch wieder Thunfisch was habe ich jetzt ausgewählt für den Waffe? scheiße warte mal ist doch Käse hier warte mal langsam, langsam irgendwas schwimmt ja nicht Sekunde ne 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 ja, aber ganz schnell bitte Käse zur Käse ja, weiß ich das war doof, oder? ja Hä? ne du kannst den Skin auswählen jetzt was ist das denn? mit dem nochmal äh so so nehmen wir das doch bitte nehmen wir das doch bitte ok let's go ok so weh so weh toh tris so und so 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 ist aber ein Thunfisch so 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 sch Das war's. Konkretel. Okay. Was ist das? Spielei-Quale? Ich glaube, hier fährt man keine Thunfische. Spielei-Quale? 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 Blödes Tierchen. Ich bin nicht kampfbereit gewesen. Da fällte schon bei mir her. So, das ist alles weg. Oh, sorry. So. 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 Heißluft, ne, sind die Waffen, können aber die wahr sein, schätze da blöde Luft hier, Sauerstoff. Ja, oh ja, warte mal, das war ja einfach hier, die ich vielleicht noch nicht hatte vorher, die vielleicht, ne, geht nicht, war klar, hätte mich auch gewundert, wenn das so einfach wäre. Nehmen wir doch mal was anderes. So. 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 So, sehr gut. Ha! Oh, oh wow. So, weiter geht's, immer weiter, Gott, dann nehmen wir es nicht hier, äh, anfangen mit dem Netz. Bestimmt nicht. Up. Das war's. Ich bin hier. Sackgasse, ich bin hier zurück, ja der ist wieder unser Freund, tschüss, so, ne, schon wieder, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Oh, ich bin hier wieder schwergepackt, äh, verpackt hier. So, ich taue mal wieder auf. Hier. Kein Thunfisch dabei, das ist blöd. So, ich bin hier. So, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. So, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ja. Wir tauchen nachts. Die Frage ist, die nachts können wir nur hier. Wir werden aber keine Thunfische finden, glaube ich, oder? Nachts. Schwierig. Geht schon gut los. Der erste will schon den Stress haben. Äh, weißt du? Unglaublich. So. Diese Viecher, die nerven mich. So. 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 Oh ja. Oh ja. ein bisschen tiefer sag mal, du warst doch sonst immer kein Tod, bist jetzt irgendwie Strecke geworden so, ich brauchst erstmal wieder Luft, Sauerstoff, war doch hier oben die ganze Zeit, ne? Wo ist der? Können wir nicht wahr sein? Hallo Sauerstoff! Ja, ne. Das ist verrückt. Ne. Das nächste Hai. Sag mal, wo ist dieser Scheiß? Nichts ungefilmt, lass mich in Ruhe. So. Brauch unbedingt Sauerstoff! Hallo! Können wir nicht wahr sein jetzt, oder? Das muss ich tatsächlich auftauchen, oder? Sehr witzig. Sehr witzig. Kommt der noch dazu? Der Affe. Ich fühl mich auch noch. Weg. Sorry. Äh. Nächste. Wenn man es braucht, ist ich da. So. Wir müssen... Äh. So. Dann müssen wir zurück. Noch mal abends tauchen. So einmal... Äh. Äh. Farben. Noch schnell die Farben hinter uns bringen. Äh. Äh. So. 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 Gut. Das war's. Wiedersehen. Gut. Da würde ich sagen, an der Stelle wollen wir nochmal Sushi machen. Äh. und ich schon mal nicht geliefert Prozent das ist ein Kuchen hier auflösen das ist so und es geht. Das ist Essen jetzt von dem Typen. Ja, kann man nicht refunden? Leider nicht. Okay, also wir machen weiter. Okay. 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 Let's go! Na, ich weiß. Kann man nicht. nächstes Mal. Nimm. Ii. Iii. 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 Ich habe den Ball im. Iii. Ich habe mich nicht. Ich habe mich nicht. Nein, doch nicht so unverkauft hier das Zeug. War nicht so eine Schlage anscheinend hier. Die Schuhe besser, ne? Na? Okay, wenn es Dir gefallen hat, Daumen lassen. Arbeite vergessen das nächste O500-Playlist und ich sage Danke bis zum nächsten Mal, Tschüss.